hallo und herzlich willkommen zur dritten folge von der vorstellung vom phantasialand server da fährt gerade ein zug passend für uns aus dem depot nenn ich es einfach mal raus und ja wir fahren jetzt eine runde colorado und es ist wie immer selber erwarten jetzt ich bin mir nicht sicher also die coolen sitzen natürlich hinten ist ja klar wir hätten eigentlich mit einem kick was reingehen können ich wollte jetzt nicht auf die schule sprengen dass der zu kommt ich glaube da vorne ist der zug ach so sagt das doch einer dass hier vorne anzug stellen das muss doch einer sagen das muss mir doch einer mitteilen aber hier sieht man richtig mal mit den büchern und dann ist sehr freundlich dankeschön dankeschön sad moment kompetenz lässt grüßen und guck mal da vorne steht jetzt der andere zug an der bremse der fährt jetzt den bahnhof rein aber hier sieht man richtig mal mit den bügeln wie das gemacht wurde gesundheit ich habe die falle genennen kannst beim niesen nase gegen fisch gehauen nase gebrochen beim niesen man kann ein bisschen geknackt oder so wie haut man sich die nase gegen den tisch beim niesen das kann ich dir sagen wenn ich selbst drauf kommen würde ja das ist so schlimm kennst du den du so kopfschmerz hast wenn dein kopf so pocht ja ich habe gerade alles in der nase und sind trocken das ist gestern abend auch passiert ja allerdings war es da halb elf ja gut da muss man gleich gerne gucken dann guckst du dann mal gleich wenn er in der eingangshalle hängt er ist gerade in der eingangshalle ja cool guck mal da unten das andere mein karte die anderen sind jetzt mit kisten voll wie cool ist das denn ist das sozusagen sitzbeschwerer die sogenannten sandsäcke ich sag jetzt mal nichts dazu sandsäcke hä will ich nicht könnt ihr nicht irgendwie so bierkäste oder so da rein machen ich hab gar vollen durst irgendwie kannst du ja mal vorschlagen bierkäste als beschwerer genau für ne achterbahn gute idee ganz gute idee riesenmotto trinken während der fahrt verboten ist doch nur ein schnaps hallo ah scheiße frisur sitzt net dennis weißt du noch letztes mal als wir hunden am wasserfall lang gefahren sind und ich und ich ein wassertropfen ins face bekommen habe das ist so geil nix einmal ein wassertropfen ab den schlag hat man gehört wie sonst was ja die reihen hinter uns haben sich auch lustig darüber gemacht und ich ja und du ich nicht ich fand es nicht so lustig alter selbst deine mutter hat sich ausgelacht am ende weil da nicht schön rot war wie sonst was ja ja sorry davon einfach wenn ich gemein würde sagen ich hab davon ja noch ein foto das könnte ich jetzt mal einblenden aber ich lass es mal und wenn du schneidest das video nicht hallo youtube nachverarbeitung verdammt ich kann da schon bisschen was machen ne ne keine Farbe es bleibt schön als Bildschirm im Hintergrund bei mir jetzt no joke du guckst in die falsche richtung für no joke no joke ja sorry ich hab meine beine wieder bewegt ich hab meine maus aus dem pc raus gezogen ha hay hay okay 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 lustig ja sehr ähm gute fotos würde ich sagen wir sehen alle gleich aus einfach oh man dennis du weißt das ja manchmal die wir schauen ja und was gibt es denn auch eine schöne sache machen wir noch was kannst du uns denn noch empfehlen als empfehlung des hauses empfehlung des parks ja wenn wir uns ein haus stellen ist das empfehlung des hauses wir brauchen eine empfehlung wir sind ratlos ja klar wir sind auch nicht beim autodorf weißt ja planlos geht mein plan los also so wir haben zwei alternativen noch bekommen entweder noch die hollywood-tour oder den taubenturm hollywood das war eine sehr eindeutige antwort habe ich die knauze heute voll okay dann machen wir danach noch den taubenturm nein mir reißt schon dass beim dienst mir heute zwei tauben auf dem kopf geschossen haben auf sein durch den schädel durch auf sein das hat sich der schlag angefühlt ich habe das menü geöffnet und jetzt jetzt ist es wie ein u-boot dein pc öffne ein fenster und die probleme gehen los also das boot hält ein bisschen weiter hinten also soll ja wir können auch gar nicht erst noch aussteigern ich will wieder hinten setzen also ich habe auch noch nicht gesehen dass der mitarbeiter oben auf dem pult steht jeden tag was neues auf sich rein ich sitze doch schon und dann sind plötzlich zwei mitarbeiter ich bin die hollywood-tour noch nie gefahren ich weiß ich bin so selten dort ich weiß ich weiß ich weiß ach sei wursch ein hai hai du hast ja gar nicht den jumpscare gesehen der andere hai kam aus dem boden geschossen hinter dir ich glaube das ist ein bisschen spät und wie sieht die riesen spinne aus das rentier ach das sorry dass ich jetzt lache aber die sieht echt niedlich aus jetzt erinnert mich irgendwie an meine damalige schildkröte die ich als haustier hatte die größe stimmt schon mal überein wie willst du reagieren wenn deine schildkröte irgendwann ein panzerdurchmesser von 60 cm hat dann ist er müssen auf jeden fall mal oliver tour fahren ja guck mal Tom wurde zum leben erwacht haha ich also ziemlich jeder der mich heute oder in letzter zeit irgendwie genervt hat der wird heute sowas von zurückgeärgert so in den aufnahmen schön genau warum ganz ruhig halt müssen du bist ja 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 das ist die unterwasserwelt Atlantis nö schade ja lass mir mal spaß heute zu einem geschehener Tor hu 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 guck mal ein Toms zwei Toms drei Toms vier Toms wo ist das Krokodil? äh hab ich gegessen müsste ich auch mal wieder machen wieder mal in das eine Restaurant hin ja das machen wir wenn du bei mir bist wir gehen ins Restaurant und essen Krokodil und Känguru Känguru hatte ich schon auch schon Krokodil? Krokodil hatte ich noch nicht aber wenn man andere Leute fragte schmeckt immer nach Hühnchen das schmeckt rein gar nicht nach Hühnchen sag mir mal alles es schmeckt nach Hühnchen ich weiß es nicht oh guck mal Kängkong Kängkong? ja Kängkong? Kängkong? ja das braune etwas hä? oh man Moment ja genau danke Michael stell die Rennertisten doch auf 2 Chunks nein 32 wieder heute mobbt mich jeder das Wetter das Wetter die Vögel die Vögel die Vögel die Vögel die Vögel und mein Vater heute mobbt mich jeder warum ich würd sagen das wars dann mit der Folge hier und genau wir brechen sie ab falls demnächst kein Video mal kommt da hab ich dem jetzt umgebracht so abmoderat tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video tschüss Attacke tschüss